Guten Tag ihr Lieben, willkommen zurück bei Autonauts. In der Version wieder mal eine neue. Ich weiß, es ist jedes Mal neu, bei jeder Aufnahme-Session zumindest. Version 11.1, wir sehen es unten. Version Jean, 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 Billie Jean, keine Ahnung. Und jetzt, guck mal, haben wir ein kleines Häschen. Das ist ja cool. Wir sind jetzt ein kleines Häschen als Roboter und müssen mal wieder gucken, oder ich muss erstmal mal wieder gucken, was Neues. Und das ist ein bisschen laut. So, jetzt müsste es schon besser sein. Das ist ja immer so. Irgendwie, dieser Denki, ich sage es jedes Mal, ich weiß, das ist ein Tier. Der macht diese Updates so super schnell und ich komme überhaupt nicht mehr hinterher. Jetzt sind zum Beispiel diese Büsche hier neu, was wohl anscheinend wieder neues Essen bedeutet. Aber Schritt für Schritt. Wir waren immer noch dabei. Oh, das ist cool. Jetzt sehen wir unten rechts, ich habe noch gar kein Stück in die Change Logs, in die Change Nodes geworfen. Keine Ahnung. Das finde ich aber sehr schön, dass das jetzt so spezielle Icons bekommen hat. Das finde ich richtig gut. So, ich will jetzt gar nicht lange hinaus zögern. Wir waren dabei, automatisch Essen für unsere Dorfbewohner zu produzieren. Und zwar zunächst einmal mit Cerealien. Da hatten wir die Mühle automatisiert. Ich muss das jetzt gerade für mich selber nochmal so ein bisschen im Kopf durchgehen. Ähm, hat sich der verändert? Ist ein bisschen neu geworden. Gibt es sonst noch was, was schicker geworden ist? Oh ja, guck mal, die Workbenches sind schicker geworden. Äh, eine Sache weiß ich allerdings. Es gibt einen neuen Bot. Ich weiß noch nicht genau, ich vermute, er wird mehr Speicherkapazität haben. Was ist hier los? Ach ja, du machst ja die Pötte. Genau, genau, das war die Sache. Wir hatten doch Folgendes. Ähm, oh, guck mal, unten rechts. Schön. Wir brauchen einen Pott. Einmal Wasser und einmal... Das sieht aus wie Kellogg's Smacks. Äh, was ist da drin? Das kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so sagen. Was bist denn du? Das ist jetzt doof. Jetzt weiß ich nämlich nicht, was das ist. Ähm. Das war doof. Das ist doof. Also diese Smacks. Ich nenne die jetzt einfach mal Smacks. Ich glaube, das sind diese Cerealien. Ähm, die müssen hier rein. Gut, 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 gut. Wir wollen das natürlich automatisieren. Ähm, genau, ich erinnere mich. Entschuldigung, ich musste gerade noch mal ein bisschen gucken. Was wir als nächstes machen wollten, ist ein Speicher für diese Pötte hier. Und ich glaube, die hätte ich gerne hier. So. Das heißt nämlich, dass wir dann wieder mal ein Bot machen. Ähm, Schritt für Schritt immer ganz kleine Schritte. Eins, zwei, drei, vier. Ähm. Der nämlich die Pötte hier abholt. Und da rein tut. Wir scheinen ja schon einen Bot zu haben, der die macht. Ganz genau, da haben wir ihn. Da oben liegt noch einer rum. Zack, zack, zack. Jetzt laupt man. Das ist eine Katze oder ein Hase? Das ist eine Katze, glaube ich. Kein Hase. Juhu, eine Katze. Äh, ist übrigens schon das zweite Mal jetzt in zwei Tagen, dass ich eine Katze gesteuert habe. Aber wer im Stream gestern dabei war, der wird das wissen. Ähm. Und, 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 um das hier zu automatisieren, da müssen wir hier zunächst einmal diese Pötte vorbereiten. So. Haben wir noch einen Bot, der nichts tut? Ich weiß es gerade gar nicht. Holzproduktion sieht gut aus. Hier geht es mit den Loks weiter. Ach, 308 von 1000. Wunderbar. Hier ist auch alles tutti. Hier ist unsere Speicherstadt. Die sieht jetzt cool aus, ne? Das ist cool. Ähm. Ja, dann bauen wir uns ein Bot. Hör mal. Dann bauen wir uns ein Bot. Da, guck mal. Steam Worker Bot. Cool. Ja, aber für diese Transportsachen, da brauchen wir wirklich nur einen ganz cruden Worker Bot. Firma Planks. Den kennen wir ja mittlerweile. Zack, zack, zack. Firma Planks. Äh, Firma Poles. Zack, 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 zack. Der braucht ja nichts anderes machen als einsortieren. Das ist ja nur wirklich das Einfachste vom Einfachen. Dann haben wir die Arbeit aber schon mal weg. Und, ähm. Oh, ne, das ist falsch. Ach, du brauchst ein Crude Gear. Uh, okay, dann lege ich das nochmal hier hin. Das ging, glaube ich, in der Workbench. Genau. Was brauchst du? Ja. Zack, bumm. Ja. Ich glaube, es wäre fast egal gewesen, ob wir da jetzt nicht vielleicht den Standard, ich nenne ihn mal Standard, also ihn hier so ein Worker Bot genommen haben. Aber, ist egal. Guck mal hier. Wer bist du denn? Zara. Guck mal hier. Du nimmst dir den Clay Pot und packst ihn da oben rein. Mehr brauchst du gar nicht tun. Und das machst du natürlich wieder im Repeat until hands are full. Ähm. Ja, Find nearest Clay Pot ist schon okay. Und das mal bitte repieten. Ja, aber nicht so. Ach, das ist immer noch ein bisschen doof. Ähm. Bis die Hände empty sind. Genau. Go. Fertig. Wie ist die Laube? Das müsst ihr dir jetzt schon hinkriegen. So. Dann haben wir diesen Schritt nämlich automatisiert. und der nächste Schritt kann jetzt schon sein, vielleicht bauen wir uns, sollen wir uns dafür mal den, ähm, Milky Porridge. Guck mal da. Ja, wir nehmen erstmal Watery Porridge, weil wir haben auch hier direkt Wasser. Das ist schon okay. Komm, dafür bauen wir uns jetzt mal unseren Koch quasi. Das ist jetzt unser Koch, unser Wasserkoch, ähm, und Wasserkocher. Dafür bauen wir mal den etwas besseren. Mal sehen, was der so kann. Was brauchst du denn? Oh, okay. Du brauchst erstmal vier Metallplanken. Das ist ganz gut. Gut, dass wir das in einem Lager zwischengelagert haben. Und jetzt, jetzt ist nämlich die Sache quasi akut, die ich auch noch gerne hätte. Und zwar ein Zwischenlager für, wir haben ein Zwischenlager für Holzpoles, also für Holzplanken, nenne ich es jetzt einfach mal. Die Planken machen ja das, äh, Latten oder, wie nennt man es, Balken, sagen wir mal Balken und für Metallstangen. Für Holzstangen und Metallstangen. Das hätte ich schon noch gerne. Aber, mhm, ja, wir müssen es uns jetzt nochmal eben per Hand machen. Geht nicht anders. Wir müssen es per Hand machen. Ähm, Metalpole, genau. Die Metalpoles. Du brauchst Eisen dafür. Alles schön in Lagern. Das heißt, wir haben immer einen, Zugangsort für die Ressourcen. Schwupp, schwupp. Vier Stück waren das, glaube ich. Das würde ich gerne automatisieren. Muss ich mal gucken. Schieben wir ein bisschen hinten an. Ähm, das ist erstmal nicht ganz so wichtig, weil die Metalpoles, die haben wir in unserer, oh je, oh je. Vier, ähm, vier Zahnräder. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Metal Gear da oben. Natürlich. Metal Gear Solid. Zweimal planken. Ja, da braucht er ja richtig viel. Eins, zwei. Eins, zwei. Und noch eins. Ja, ich weiß, ich hätte zweimal vier holen können. Habe ich beim Anfang, äh, am Anfang leider vercheckt. So. Aber wenn das jetzt nicht mal ein richtig guter Worker-Bot wird, dann weiß ich aber auch nicht. Der braucht ja richtig viel Ressourcen. Und was macht denn unser Wegräumen-Bot da? Ach, ich bin doof. Herr Lightjahn, die sind doof. Na, wisst ihr, was ich falsch gemacht habe? Ich lasse euch noch drei Sekunden Bedenkzeit. Drei, zwei, eins. Genau. Ich habe vergessen, das auf Repeat zu setzen. Jo. Danke. Du hast es aber leicht gehabt, liebe Zara, ne? Du musstest nur einmal da oben hin und dachtest dir so, fertig. So, zweimal Wasser braucht er noch. Ist ja ein Steam-Bot. Zack, das holen wir hier mit dem... Ach, ne. So ging das ja. Genau. Oh, hoffentlich ist der jetzt nicht weg. Braucht er nur Wasser oder braucht er, ähm... Okay, er braucht nur Wasser. Er braucht nicht Wasser im Pot. Umso besser. Ne, da sollst du das bitte nicht hinstellen. Da habe ich den gleichen Fehler gemacht. Jetzt bin ich gespannt. Oi, 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 oi. Der sieht aber cool aus. Voll der Roboter. Wie viel Platz hast du jetzt in deinem Brain? Hör mal, Jeff, wie viel kannst du denn? 32k. Und die haben nur 19k. Okay, also du bist schon schlauer, lieber Jeff, ne? Ähm... Dann, 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 warte mal hier. Ich muss erstmal den, den Wasserpot leer machen. So, ganz nebenbei gesagt, unsere, unsere Armada an Aufladebots. Kann ich dir nicht mitnehmen? Ist ja zu schwer, doch. Wollte schon sagen. Ich bin eine starke Katze. Ich kann das einfach so mitnehmen. Ähm... Und was der für eine, für eine Dampfwolke in sich herzieht. Unsere Armada an Aufladebots, die tut ihren Dienst ganz gut, ne? Hier oben war jetzt einer da auch noch. Läuft ganz gut. Läuft ganz gut. So, jetzt guck mal zu. Du kannst ja jetzt auch ein bisschen mehr, lieber Jeff. Du machst folgendes. Du nimmst dir hier raus einen Claypot, packst ihn da rein. Genau. Dann gehst du zum Woddenbucket, füllst ihn auf und tust ihn da rein. Dann stellst du den Woddenbucket einfach hin. Drop all. Ja, gut, dass der so viel kann. Das ist nämlich eine ganz schön große Aufgabe. Und jetzt nimmst du die Cerealien und packst sie da auch noch rein. Und am liebsten, pass auf, am liebsten hätte ich es jetzt noch, wenn der das jetzt noch einlagern würde. Das machen wir nochmal eben. Oh, nö. Ach, das hat er alles abgebrochen. Okay, dann muss ich erst ein Lager bauen. Ich baue das mal da oben zu. Ja, dann baue ich das mal hin. Dann kann er nämlich das, was er gerade erstellt hat, kann er da oben direkt einlagern. Und dann bauen wir uns noch ein Bot. Noch ein Bot. Der ist dann der... Hallo. Bitte mitnehmen. Das ist dann der Fütterungspot. Alles schön aufgeteilt. Bis ins Kleinste. So ist das richtig. Zack hier rum. Ja, komm, dann nehme ich das und belege gleich mal das Lager damit. Für watery... Für watery... Was war das? Watery Porridge. Also für Wasser... Äh... Brei. Wasser, Cerealien, Müsli. Ih, Müsli mit Wasser? Das ist auch nicht ganz so lecker. Äh, naja, sei es drum. Guck mal hier. Du nimmst dir den Wooden Bucket, packst den da rein, packst den da rein und droppst den wieder. Dann nimmst du dir den Pot und packst den da rein. Und dann nimmst du dir Cerealien und packst die auch da rein. Dann wartest du, nimmst das und packst das da rein. Oh, guck mal, geht noch. 9 KB hat er noch übrig. Beim Repeaten nur noch 8 KB. Und jetzt mal gucken, ob er das richtig macht. Er nimmt es sich. Wasser. Rein da. Droppen. Mhm. Sehr gut. Oh, cool. Und schon haben wir eine automatisierte Nahrungserstellung. Und nicht nur das. Guck mal hier. Jetzt wartet er drauf. Nimmt sich das. Ey, der ist richtig flink, der Kollege. Jawoll. Wie viel können da rein? 100. Okay. Es könnte sein, dass wir unsere Speicherstatt um 1 erweitern müssen. Das werden wir dann sehen. So. Und unser 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 Fütterungsbot, der wird jetzt ein normaler Basic Worker Bot. Ich denke, das sollte reichen. Oh, ich hoffe, unser unser Aufladebot von da hinten, der kann den Steam Bot laden. Weil der ist ja eigentlich eine Generation besser. Hoffentlich kann er das. So, lieber Fütterungsbot. Guck mal hier. Ich stelle dich erst mal hier hin. Und jetzt guck mal hier. Nina. Guck mal. Nina, das passt doch. Nina füttert jetzt die Leute. Du nimmst dir hier etwas heraus. Und zwar, das mache ich gleich. Das mache ich jetzt. Ähm. Die kann ja wahrscheinlich ein bisschen mehr in die Hand nehmen. Bis deine Hände voll sind. Und dann gibst du das an den nächstgelegenen hungrigen Dings. Find nearest folk. Ach, guck mal. Oh, wie cool. Und noch ein Repeat. Bis die Hände leer sind. Und jetzt nicht vergessen, das komplette Repeat Ding drum zu setzen. Und dann mal go. Oh, guck mal. Die Nina nimmt gleich dreimal Schleim mit. Und das ist ja okay, dass sie jetzt erst mal da wartet. Ne, das können sie ja ruhig machen. Sie hat dann quasi noch ein Porridge in der Hand. Und es ist aber keiner zur Verfügung. Jawohl. Sehr gut. Wir haben also jetzt eine automatisierte Essenserstellung und Essensausgabe. Und die sind ja richtig faul, ne? Die sitzen da, die liegen da vor ihren Hütten und lassen sich das Essen quasi direkt in den Mund fliegen. Wie im Schlaraffenland. Ha, schön. Finde ich gut. Okay. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Fleißarbeit erledigen und quasi immer hin und her klicken. Viermal für jede Hütte. Es hilft nichts. Wir könnten es eigentlich auch automatisieren. Den Hüttenbau. Aber das muss noch in Meisterhand passieren. Sagen wir mal so. Das möchte ich noch selbst kontrollieren. Wir könnten... Geht das eigentlich? Können wir ja mal gerade so ein bisschen überlegen, während wir hier die Hütten bauen. Wir müssten im Grunde ein Beacon erstellen. So ein Baustellenbeacon. Ich rutsche hier gerade wieder. So ein Baustellenbeacon, der quasi im Umkreis festhält. Also in diesem Umkreis, wenn da Blueprints von mir hingestellt werden, dann soll der Workerbot, dem Beacon zugewiesen wurde, dann soll der sich selbstständig Holz holen und sich um den Bau dieser Baustelle kümmern. Hmm. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklärt habe. Ich hoffe, es ist klar geworden. Aber so ein Beacon stellt ja immer einen Bereich dar. Und jetzt sagen wir dem quasi, wie wir immer sagen, Find nearest shovel, also finde die nächste Schaufel. Find nearest blueprint. Hier, diese Dinger, wo ich gerade immer hin und her laufe. Und wenn du so ein Ding ge... Obwohl, er müsste sich ja selbstständig... Man müsste ihm vorher selbstständig sagen, ähm... Sorge immer dafür, dass deine Hände voller Locks sind. Also, dass du immer Locks, diese Baumstämme hier in der Hand hast. Hm. Boah, es ist jetzt gerade ein bisschen Fleißarbeit, aber das müssen wir gerade mal erledigen. Die baue ich auch noch eben von Hand. Das kriegen wir noch mal eben hin. Da, die drei Hütchens. Die ist ja bloß zwölfmal hin und her laufen. Ähm, währenddessen kann ich ja mal kurz ein bisschen darauf eingehen, dass Autonauts wirklich gut bei euch anzukommen scheint. Das freut mich total. Äh, zur Zeit ist das, glaube ich, mein bestgegucktes... mein bestgegucktes... test, test, test... mein bestgeschautes... test... Let's Play. Ähm, also das Let's Play mit den meisten Zuschauern. Und das hätte ich niemals gedacht, als ich das gefunden habe. Vor ein paar Wochen, vielleicht mittlerweile sogar schon, Monat, zwei, weiß ich gar nicht. Dachte ich mir, ach, guck mal, so ein nettes, kleines Spielchen. Kannst ja mal spielen. Und, ähm, guckst du mal, wie so die... die Resonanz ist. Und euch scheint das richtig zu gefallen. Ich finde es auch gut. Und das Gute ist, was mich auch eigentlich richtig freut, ähm, ich habe gestern, also heute ist Sonntag, äh, Samstags ist ja bei uns immer der Stream-Tag, und dann hat jemand geschrieben, oh, bitte kein Autonauts, ich will das selber nachbauen. Finde ich voll gut. Quasi so, dass er sich nicht spoilern lässt, ähm, weil wahrscheinlich wollte derjenige oder diejenige, ich weiß es gerade gar nicht, hey, hey, nee, 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 Moment, du sollst das da oben rocken, jetzt vergesse ich hier, so, äh, schon gerne im Stream mit dabei sein und zugucken. Aber wenn es jetzt Autonauts gewesen wäre, dann, ähm, äh, dann hätte er sich gespoilert, oder sie. Und von daher die Bitte, nee, bitte kein Autonauts. Finde ich gut. Das zeigt, dass die Leute Interesse an dem Spiel haben, und das finde ich richtig, richtig gut. Und ich glaube, mittlerweile ist es Zeit, dass ich dem guten Denki für sein Spiel, ja, dass ich dem auch mal was bezahle. Denn ich gebe es ehrlich zu, im Moment habe ich noch nichts dafür bezahlt. Das ist, ich finde das erstaunlich, dass er das so durchzieht für dieses Spiel. Aber ich denke, so ein Fünfer ist mindestens drin für das Spiel. Fünf Euro hierfür finde ich toll. Es wären fünf Pfund. Gut, das muss man jetzt schauen, wie genau das dann, ähm, ich denke, über Paypal sollte das gehen, dass das dann, der, der macht das ja automatisch irgendwie. Ich denke, fünf Euro wären es für mich wert. Das sind dann nicht ganz fünf Pfund, das sind dann irgendwie, na, der Pfund ist recht stark. Ich weiß nicht, ob eine drei noch vorne stehen würde. Vielleicht so knapp vier Pfund oder, äh, ungefähr vier Pfund. Sagen wir mal, es sind vier Pfund. So. Jetzt habe ich natürlich ein Frevel begangen. Ich habe hier Leute aus der Umgebung vor unserer Warteschleife einziehen lassen. Das ist ja ein Frevel. So, einen Platz haben wir noch. Wunderbar. Unser Dorf wächst langsam. Finde ich gut. Oh, und dann müssen wir uns noch um die, ähm, hier um die Schafe kümmern, um die Kühe müssen wir uns auch noch kümmern. Und ich will auch wissen, was es mit diesen, was es mit diesen Bären hier auf sich hat. Können wir da mal gerade, ne, können wir nicht. Oh, oh, was ist hier los? Warum wirst du nicht geladen? Jetzt haben wir, glaube ich, den Salat. Ich glaube, wir haben den Salat. Wo ist unser Ladebot? Zack, bist du es? Ne. Wir hatten hier einen Ladebot. Find nearest unwound. Das haben sie jetzt verändert, weil da stand vorher, ähm, find nearest crude, also unseren schlechten Workerbot oder den Standard Workerbot. Aber guck mal, er kriegt es nicht hin. Er kann den nicht aufziehen. Oh. Oh, oh, oh. Dann machen wir das folgendermaßen. Wir müssen noch mal so einen, so einen guten bauen. und das wird dann unser Aufziehbot da oben. Hilft nix. Ich werde den jetzt noch mal eben, ne, werde ich nicht, ne, werde ich nicht. Wenn ich den jetzt aufziehe, dann kann ich dem das nicht beibringen. Dann muss ich wieder warten und das ist doof. Ne, falsch, 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 Du musst erst mal Metal Poles machen. Das müssen wir jetzt gerade noch mal eben hier, zack, zack. Ach so, ich hab das eine da liegen lassen. Ey, der hat mir das weggeklaut. Die alte Sau. Habt ihr das gesehen? Wenn nicht, spulen wir mal zurück. Wir haben noch hier unseren Metall-Einräumen-Bot und der hat mir das, hat mir das Metallstück da weggeklaut. Fiese Möp, du. So, jetzt brauchst du Tück, Tück. Tak, ähm, Metal Gear, genau. Ah, nee, ich klicke immer zu schnell. Darfst du ruhig nochmal mitnehmen. So. Wie? Was war jetzt das? Ach, du brauchst es jeweils zwei. Hm, ich verstehe. Du brauchst, ja. Gut. No, 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 no. Eins, zwei. Und nochmal. So. Und dann nochmal Wasser. Müsst ihr mir eigentlich nochmal einen Eimer machen, immer den von da oben zu nehmen. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. So. Einmal Wasser rein. Das habe ich nämlich schon gefürchtet, dass unser normaler Bot das nicht kann. Das heißt also, die Bots, was auch logisch ist, können nur gleiche Stufe oder darunter aufladen. Ja, das ist natürlich doof. Das heißt aber auch, oh, das heißt auch, unsere ganze Aufziehkette nimmt jetzt gerade Schaden. Die nimmt jetzt gerade Schaden. Äh, erkläre ich gleich warum. Vielleicht habt ihr selber schon eine Idee. Hallo? Wieso? Braucht er Wasser? Oh nein, sag nicht, er braucht Wasser. Ei, 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 ei. Ich gucke mal gerade, ob der Wasser braucht. Ähm. Och nö, jetzt hat er das in den Busch da gesteckt. Och, das ist aber auch immer ein bisschen doof. Jetzt muss ich mal gerade nochmal gucken, dass ich den Busch da wegmache. Ja. Nee. Hä, wie wird denn der dann aufgeladen? Weil so offensichtlich nicht. Ich kann den nicht aufladen. Das stimmt doch was nicht. Wie lade ich dich auf? Ich könnte jetzt in die Changelogs reingucken, aber es ist ja auch mal ganz nett zu zu rätseln. Ich gucke mal gerade, ob wir da was Neues bauen können. Gate, Bridge, Stone Pass, Woodrouter, Windmill, Porridge, Butterchern, Clay for Nights, Crude Hut, Totem, Basic, Millenary, Milk Storage, Water Storage, Kitchen Table, Spinning Wheel, Rocking Chair. Hm. Es wird immer mehr. Also das Spiel wird wirklich groß. die Sache ist, aber was, was brauchst du? Vielleicht brauchen wir noch so eine Art Einfüllstutzen oder so. Ich weiß es ja nicht. Metal Scheers. Was ist das denn? Was brauchst du? Ich gucke mal gerade, was das ist, einfach mal. Das ist, was ist das? Ach, das ist eine Schere. Also ein Scherkopf. Hier, für die. Deshalb, ich lege das mal dann hier hin. Aber wie laden wir den denn auf? Hä? Das ist aber, vielleicht muss ich den in den Wasser stellen. Ich gucke mal gerade. Dass der sich quasi selber wieder aufzieht. Ich kann den aber auch nicht hochnehmen. Was ist denn das? Guck mal hier, hast du Wasser? Hm. Das ist merkwürdig. Das ist wirklich komisch. Moment mal gerade. Äh, ich mache mal ganz kurz einen Cut hier. Ich schaue mal eben in die, ähm, ins Change Log und dann sehen wir uns gleich wieder und dann finden wir mal heraus, ähm, was damit los ist. Kleinen Moment. So, da sind wir wieder und ich war schon recht nah mit meiner Vermutung. Es ist aber nicht Wasser, was sie benötigen. Das haben wir ihnen ja mitgegeben bei ihrer Produktion. Nee, sie benötigen Holz. Jetzt weiß ich nur nicht, hier steht noch gerade, ähm, Wood Fuel. Jetzt weiß ich aber nicht, ob Planken reichen. Ich versuche das mal hier. Man kann die entweder in ihr Inventar tun, sodass sie sich automatisch, ähm, quasi, äh, befeuern. Oder aber, ah, guck. Oh je. Okay, dann haben wir jetzt einen. Ja, okay, Pass auf. Äh, die muss ich jetzt erstmal wieder wegräumen. Jetzt behalten wir unseren Befeuerungsbot, behalten wir weiteren, weiterhin, aber wir müssen ihm das jetzt ein bisschen anders beibringen. Oh nein, das Lager ist ja voll. Oder dann lege ich die einfach mal hier hin. Tschüss. So. Eve. Guck mal her. Guck mal her, Eve. Du nimmst dir aus dem General Storage Planken. Und dann gibst du das an... Die freuen sich da gerade alle. Ja, Moment, man muss ja... ich guck mal. Ich guck mal, ob das geht. Ähm, ich muss jetzt mal gerade warten. Dann gibst du das an den nächsten... Schwierig. Schwierig. Ist echt schwierig. Jetzt stehe ich natürlich noch genau im Weg. Nee. Ach, Manu. Schnell. Move to wooden bucket, add to wooden bucket. Nee, das ist Käse. Das ist Käse, das kann ich so nicht machen. Ich muss das in das Inventar legen. Ja. Oh, das ist cool. Das ist jetzt neu. Oh, wie cool. Ey, hier kann man... Da kommen ja so viele neue Sachen auf uns zu. Ey, das gibt's ja gar nicht. Ähm, guck mal hier. Er hat jetzt nämlich gleich keine Energie mehr. Mal abwarten. Er hat sich selbst befeuert. Okay. Das ist allerdings nicht das... das Gelbe vom Ei. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Schalalalala. Das kann aber nur der machen. Puh. Puh, puh, puh. Und der müsste eigentlich auch mal ein bisschen schneller sein. Ähm. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Nee, das muss ich anders machen. Das müssen wir aufsplitten. Das gefällt mir nicht. Äh, das gefällt mir... Ich wiederhole mich, ich weiß. Das gefällt mir aus dem Grund nicht, weil, ähm, das zu... Das ist zu anfällig. das System. Es ist zu langsam und es ist zu anfällig. Ähm, oh, ich sehe gerade, ich muss mit dieser Folge langsam mal, äh, zu Ende kommen. Ich habe mir sonst hier meinen Timer angemacht, habe ich jetzt vergessen. Machen wir in der nächsten Folge wieder. Ähm, das jetzige, wir haben es erst mal so weit geschafft, dass wir diese ganze Nahrungsmittelproduktion und Auslieferung, quasi unseren Lieferservice, automatisiert haben. Das ist ja auch unser Ziel. Es ist aber noch anfällig und es ist zu langsam. Blödes Kabel hier. Ähm, und in der nächsten Folge kümmern wir uns darum, dass wir diese Arbeitsschritte da oben aufteilen. Das kann so nicht... Das ist nicht ganz so gut. Da gucken wir mal, wie wir das vielleicht ein bisschen aufsplitten und auf die Basic Worker Bots zurückgreifen. Denn die können einfach wieder durch Aufziehen aufgeladen werden. Das passt in unser, ähm, in unser Aufladesystem rein, dass die sich gegenseitig immer so ein bisschen aufladen und das werden wir dann erst mal tun. Später gucken wir vielleicht noch mal, wofür wir diese Steam Bots brauchen, aber machen wir alles später. Bis jetzt danke ich erst mal fürs Zusehen und für das tolle Feedback bisher und, äh, für die vielen, vielen Zuschauern. Ein paar neue sind sogar mit dabei. An euch liebe Grüße, natürlich auch an die Alten, aber an die Neuen ganz besonders viele Grüße. Ich freue mich, dass ihr hier seid und ich hoffe, euch gefallen auch die anderen Videos. Schaut mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Leitjan.